Die Stiefmutter, die hasst uns! Mein Gott, was sollen wir nur machen? Ich, ich glaube, es ist besser, wir hauen ab. In die weite Welt! Meine beiden Stiefkinder sind abgehauen, aber weit kommen sie nicht. Ich werde alle Wasserfälle, alle Bächlein verwandeln und wenn sie daraus trinken, werden sie zu Tieren. Ich habe einen Durst, wie ein Ertrinkender in der Wüste. Wer aus mir trinkt, wird ein Tiger. Behasch dich, du Esel! Hey, ich bin kein Esel, ich bin ein Fast-Tiger. Wer aus mir trinkt, wird ein Wolf. Halt! Nicht trinken! So, und eins sag ich dir, das nächste Mal trinke ich. Wer aus mir trinkt, wird ein Reh. Hallo, ich glaube, ich hätte nicht trinken sollen. Oh, schau mal, eine Hütte hier im Wald. Komm, die nehmen wir. Ich bin der König. Kommt gleich mit auf das Schloss. Ich will eine schnelle Hochzeit. Das ist die Gelegenheit. Die Königin wird von der Geburt noch etwas geschwächt sein. Ich werde sie zur Seite shoppen. Und dich an ihre Stelle setzen. Was macht mein Kind? Was macht mein Reh? Jetzt komm ich nur noch diesmal. Und dann nimmermehr. Liebe ist stärker als aller Zauber. Hey, Schwesterchen! Brüderchen! ив Bist , du bist du für ein Kind. Was macht mein Kind 8? Rcker alles? Ich weiss wie das! Vielen Dank.